Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich mache dies ja nur zu besonderen Zeitpunkten, aber ich möchte heute doch ein paar besondere Worte verlieren. Ich war sehr überrascht, als ein guter Freund von mir mich per SMS gebeten hat, mich bei einem besonderen Menschen zu bedanken. Dieser Mann hat besondere Dinge geleistet, die das rechtfertigen und verdienen. Ich möchte mich hiermit bei ihm im Namen der ganzen Bundesrepublik bedanken und verneigen. Danke sagen diesem großartigen Mann für den besonderen Einsatz, die außergewöhnliche Energie und Leistung. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nehmen Sie sich diesen Herrn mal zum Vorbild. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.